hallo und willkommen zurück bei on the table ja diesmal mit dem aktuellen necron kodex für die achte edition von wo immer 40k und ja er ist endlich da ich habe ja schon die ganze zeit irgendwie drauf gewartet und es ist einer der letzten kodizes die erscheinen oder schienen sind habe jetzt fehlen halt nur noch irgendwie die orks ja deswegen es fehlen noch ein paar aber ich habe jetzt nicht so alle im kopf und ja der necron kodex war für mich jetzt halt relativ wichtig weil ich eine spielbare necron armee halt habe und nur mit dem index ist es halt schon so ein bisschen man merkte halt schon wenn man sagen wir nur mit einem index gegen eine armee mit einem kodex halt spielt durch die ganzen gefechtsoptionen und diese erweiterung die es dann halt irgendwie gibt kommt man dann doch so ein bisschen ins hintertreffen man hat halt keine richtigen möglichkeiten als eine gefechtspunkte irgendwie auszugeben man hat halt irgendwie keinen zugriff auf irgendwelche speziellen waffen und überhaupt also deswegen wird es halt so ein bisschen zeit dass halt dieser kodex erschien und den habe ich mir halt gekauft auch schon ein bisschen gelesen oder was heißt ein bisschen gelesen hat schon komplett durchgelesen bin hatte aber noch so ein bisschen mit der taktik sowie halt immer gerade bei den necrons die man halt auch sehr auf sagen wir auf eine sehr unterschiedliche art und weise halt spielen kann ist es halt schwierig da eine passende armee zusammenzustellen aber es geht punktetechnik hat sich glaube ich gar nicht allzu viel getan also wenn dann hat sich das irgendwie so ein bisschen dass irgendwie einheiten vielleicht ein bisschen billiger geworden sind dafür halt irgendwie waffensysteme teurer ja dieser kodex index vergleich in anhand von den punktekosten habe ich jetzt halt noch nicht so irgendwie gemacht halt auch noch nicht irgendwie dieser wie die einheiten sich irgendwie jetzt dann halt anders benehmen ich glaube da ist auch irgendwie glaube ich nur so ein paar einheiten die dann irgendwie andere regeln bekommen haben bzw waffen die jetzt dann auf eine größere entfernung halt schießen oder sonst irgendetwas da habe ich jetzt halt noch nicht so den großen vergleich halt gemacht weiß ich halt auch nicht ob ich den dann irgendwie mal so mache weil es hat immer irgendwie so ein kleines zeitproblem hat auch irgendwie die einzelnen einheiten vorzustellen mit mit ihren regeln und punkten ich habe immer noch keine so richtige antwort drauf gefunden wie es am geschicktesten mache aber egal wie gesagt neuer kodex viel neues steht im prinzip nicht drin obwohl vieles neu ist halt gerade auch was so der der fluff halt ist hat sich dann schon im vergleich jetzt zum alten kodex und bisschen was getan ist mit normal so irgendwie ein bisschen die vergangenheit beleuchtet wie man halt hier sieht es wird beleuchtet und ja also es ist ein bisschen ausführlicher geworden denke ich mal oder ich habe es irgendwie im siebten beim beim lesen irgendwie nicht so hundertprozentig dann gelesen dass das dann halt so war also es gibt da schon irgendwie so ein paar veränderungen hat nicht aber vielleicht so ein bisschen wo es geschichtlich so ein bisschen erweitert worden ist halt auch die jetzt halt die neuere geschichte ist dann halt jetzt auch mit eingeflossen auch so ein bisschen die fortspänen kampagnen box ist halt dann auch schon so ein bisschen halt mit drin die einzelnen dynastien sind halt auch noch mal so ein bisschen hervorgehoben oder halt ein bisschen mehr beschrieben wie es jetzt im alten kodex halt war und was mich am meisten überrascht oder wo ich jetzt am meisten irgendwie so ein bisschen raus ziehe ist halt wenn man halt hier bei diesen einheiten bei dieser einheiten vorstellung halt ist dass da halt auch die getan ein bisschen unterschieden werden da war ja sonst nur irgendwie ja das sind die chintan charts und blablabla siehe siehe historie im im fluff teil mehr oder weniger und hier hat man dann doch irgendwie die unterschiedlichen auch die unterschiedlichen modelle halt noch mal irgendwie näher beschrieben und was das halt waren und warum weshalb und das fand ich eigentlich soweit ganz interessant ja dynastien technisch weiß ich gar nicht also es waren halt schon viele irgendwie drin aber wie gesagt weniger ich habe weniger stark beschrieben wie wie es halt hier irgendwie drin ist deswegen halt auch ganz interessant und halt auch dadurch dass die jetzt dann halt pro dynastie halt auch unterschiedliche ja zusatzregeln halt haben ist es halt dann auch ein bisschen interessant halt hier so ein bisschen den hintergrund zu lesen und der spiegelt sich dann halt auch in diesen zusätzlichen regeln halt dann wieder gut halt hier der kurze geschichts abriss ich glaube das sind halt auch vieles ja neuere sachen oder halt neues drin ich glaube nicht dass da jetzt irgendwie wiederholungen vom von der siebten edition mit drin sind und ja im prinzip geht es dann halt hier schon bloß mit den einzelnen einheiten natürlich die haku einheiten als alle noch mal separat hat vorgestellt im attack auch hier hat sich da ein bisschen was getan glaube ich in form des fluffs dass da halt auch ein bisschen mehr drin steht halt was was und wer die oberlords und lords sind auch hier extra hervorgehoben die katakom command barge wer die kryptechs sind und wie gesagt dann geht hier wirklich die einzelnen einheiten noch mal durch und dann halt hier warriors immortals lidsch guards und so weiter also man hat hier wirklich jede einheit genommen und die halt wirklich hier noch mal halt extra beschrieben hat auch hier die steuer lords und die story ist halt auch separat und nicht irgendwie zusammen gemischt schon ganz gut gemacht deswegen das geht dann halt auch über einige seiten wer da also hintergrundwissen halt haben will der findet definitiv hier so einiges natürlich sehr ja sagen wir halt wirklich sehr auf aufs positive für die necrons halt beschränkt natürlich wenn man es halt wie ist es dann immer irgendwie man denkt die einheiten sind dann irgendwie extrem im bar gegen irgendwas was dann irgendwie doch nicht so ganz stimmt naja aber das ist halt in jedem kodex irgendwie so wenn man da halt nur danach gehen würde was irgendwie in der im flach teil halt steht würde jede armee die andere in nullkommanichts auslöschen und ja insofern wäre dann immer der der aktuelle kodex der oder halt die rasse die immer gewinnt deswegen hat hier gerade die getaren schad deswegen irgendwie halt einmal so allgemein beschrieben aber dann halt auch mal der der night bringer der des sei war und das war halt vorher irgendwie nicht so dann man wusste irgendwie nicht wer oder was die dann halt sind und ja das finde ich jetzt eigentlich schon ein bisschen besser gemacht dann halt hier die der bilder teil mit den einzelnen figuren in unterschiedlichen bemalungen in unterschiedlichen farben halt je nachdem als was die halt fungieren oder in welcher dynastie die halt von gutte fungieren halt auch ein paar sehr interessante halt irgendwie dabei und halt man sieht dann halt hier auch nicht nur irgendwie dieses standard metall standard metall kram den halt viel hat nehmen weil es schnell zu bemalen ist halt irgendwie ein bisschen silber und dann eventuell noch heller silber drüber bürsten und fertig sondern halt dann auch hier irgendwie in dunkel oder als hier in komplett anderer andere rüstungsfarbe halt schon so ganz cool gemacht und dann man sieht dann halt hier auch mal so die einzelnen modelle die man hat dann vorher irgendwie so vorgestellt bekommen hat im flach teil ja sagen wir mal beispiele für für ein armee aufbau was mich so ein bisschen gestört hat ist halt hier dass man hier die armee oder halt die die figuren genommen hat die in der fortspänen version mit drin ist und nicht in der start collecting box finde ich ein bisschen schade weil gerade irgendwie die start collecting boxen sind ja eigentlich die sachen mit denen man irgendwie halt anfängt und bei den meisten kudiz ist es halt so dass dann halt wirklich immer die start collecting box als ja wirklich als start collecting als start armee irgendwie aufgeführt ist und daraus dann irgendwie halt eine größere armee dann dargestellt wird klar irgendwie die fortspänen box oder was da enthalten ist ist schon so weit ganz cool ist halt auch sehr ausgeglichen werden halt die start collecting box relativ stark auf fernkampf irgendwie ausgelegt ist weil da im prinzip nur figuren drin sind die auf die auf fernkampf irgendwie die die schießen können sei es halt die die normalen warriors heißt die immortals oder halt die die barke die dann halt dabei ist oder der annulator kleiter ist halt alles alles was irgendwie auf entfernung hat schießt während dann halt hier in der fortspänen geschichte ja es ist halt durch die race und die die lütschgard ist halt schon ein bisschen sagen wir mal nahkampflastiger ausgelegt aber dadurch dass halt auch die immortals dabei sind hat man halt schon irgendwie was dabei was schießen kann also insofern ist es ein bisschen ausgeglichen und ja also im prinzip hat man halt hier schutz für sein kryptek und dann halt drei einheiten die wirklich irgendwo nach vorne flitzen und nahkampf machen können und man hat halt irgendwie was was von der fernung halt schießt insofern denke ich mal es ist halt die ausgeglichen box aber wie gesagt ich hätte jetzt dann doch eher ein games workshop games workshop stelle sei dann doch irgendwie so gemacht und dann hat die neue start collecting box dann halt hier reingesetzt und das dann halt entsprechend erweitert wie das dann halt erweitert aussieht kann dann halt hier irgendwie sehen allerdings muss ich halt auch dazu sagen die armee ist gut allerdings zu groß für irgendwie aber ein herkömmliches spiel was man halt dann irgendwie so macht ist das hier definitiv zu groß also die irgendwie in seine standard 2000 punkte armee irgendwie rein zu kriegen zu bekommen geht halt nicht deswegen ich habe es nicht ausgerechnet wie viele normale punkte das dann halt sind aber deswegen dass hier es schon größere streit macht und einiges ist dann halt auch sagen wir mal strittig in in form von anzahl der figuren allerdings ist es halt hier auch eher dafür gedacht hat alle alle einheiten mal irgendwie ja zusammen irgendwie zusammenzubringen weil dann halt hier auch irgendwie schitan halt fehlen die streue halt hier fehlen naja es ist halt irgendwie als funktionierendes beispiel gedacht allerdings in der armee größe wird man so oder halt spielbar ist es halt schon aber es ist halt zu groß soja schlüsselwörter und dynastien klar alles was halt hier irgendwie dynastie irgendwie als schlüsselwort drin stehen hat bekommt dann halt später extra regeln dazu reanimationsprotokolle sind nach wie vor halt drin halt dass beim beginn eines zuges in die sechs geworfen wird für jedes getötete modell und bei einer 5 plus kommen die dann halt wieder klar und ja lebendes metall alles was dann irgendwie lebendes metall als fähigkeiten halt hat die generieren automatisch irgendwie ein punkt sofern die dann halt irgendwie punkte oder leben halt eingebüßt haben halt auch ganz nett natürlich ist es so nicht jedes modell hat reanimationsprotokolle nicht jedes modell hat lebendes metall meistens ist lebendes metall auf hq einheiten und fahrzeuge werden reanimationsprotokolle beim ganzen rest an irgendwie dabei ist und halt hier diese dynastie geschichte muss man auch ein bisschen aufpassen weil viele haben dann halt hier schon automatisch irgendwie eine dynastie eingetragen und da muss man dann auch ein bisschen gucken bei der sache bin ich mir dann auch nicht so ganz sicher inwiefern man zum beispiel imotech mit irgendwie als hq und aber eine andere armee oder halt eine hauptsächlich andere dynastie spielt wie sich das irgendwie miteinander verträgt bin ich mir nach wie vor nicht so ganz sicher deswegen versuche ich immer irgendwie eine armee zusammenzustellen die entweder ja komplett sautek wäre oder irgendwie komplett irgendwas anderes was dann halt bedeutet dass halt einige zum beispiel halt hauptsächlich ja hq einheiten irgendwie wegfallen würden ja irgendwie bei imotech hat sich glaube ich ja auch irgendwie ein bisschen was getan was hier die fähigkeiten halt angeht ich weiß jetzt gar nicht mehr wo ich glaube das war hier der dieser große stratege war glaube ich nicht mit dabei dass der halt dann einen zusätzlichen fehlspunkt erhält bin mir aber nicht so ganz sicher auch hier mit dem herr des sturms weiß ich auch nicht ob das dann drin drin stand wie gesagt also der vergleich zwischen kodex und index habe ich halt noch so nicht gemacht trotzdem schon auch cool also von den regeln her problem ist er ist halt von den punkten her relativ teuer ich denke mal wer dann eher auf macht punkte geht ist fast günstiger ihnen halt zu nehmen als sonst irgendwie was aber wer halt die normalen punkte halt nimmt da ist er schon ein bisschen heftig und muss man dann schauen aber wie gesagt hat seine fähigkeiten sind schon recht gut ja die anderen hqs muss man dann schauen auch wie man hat seine armee als spielt weil einige sind recht sagen wir auf den nahkampf irgendwie ein bisschen ausgelegt andere eher auf den fernkampf ausgelegt vieles ist halt dann auch situations abhängig also muss dann schon irgendwie ein bisschen gucken mit was man da oder wie man halt seine armee dann halt spielt und dann passen sie sein sein hq halt auswählen finde ich deswegen eigentlich auch ganz gut gemacht bei den necrons zumindest ist mir jetzt bei den necrons so aufgefallen bei den anderen wo ich nicht ganz so mit drin bin in der armee oder sonst irgendwie was ist mir das halt nie so ganz aufgefallen aber halt hier bei den necrons ist es mir dann doch schon auch schon halt beim beim index halt aufgefallen dass man dann irgendwie ein bisschen gucken kann ja lege ich jetzt meine armee eher nahkampf nahkampf halt aus dann hole ich mir besser den und will ich dann doch lieber irgendwie im fernkampf dann halt bleiben lieber so oder mache ich irgendwie mal in meinen standard und nehmen wir einfach mal in overlord und krypteck und gut ist weil die gibt es natürlich dann halt auch die ganz normalen overlord lord krypteck und ja beim krypteck hat sich ein bisschen was geändert da gibt es halt dieses chronometrom und diesen kanoptik mantel und da muss man unterscheiden oder auswählen was man halt dann mit holt dieser kanoptik mantel ist halt neu das ist halt dann auch das modell was in der ford spain version halt mit drin ist der teil standardmäßig diesen kanoptik mantel mit dabei und ja da erhöht sich halt der bewegungswert um 10 zoll und er kann halt modelle mit der fähigkeit lebensmetall im prinzip reparieren so dass die für lebensmetall nicht nur irgendwie ein lebenspunkt regenerieren sondern man kann dann halt würfeln und die w3 lebenspunkte regenerieren also mindestens ein maximal 3 je nachdem was man halt würfelt wie gut halt das würfelergebnis zeit ist dadurch dass er diese 10 zoll halt hat ist er dann halt auch flink auf den beinen so dass er halt wirklich so ja so um so ein cluster halt wirklich hin und her flitzen kann und dann wirklich auch schnell irgendwie reparieren kann was halt sinn macht und hierbei dem chronometrom ist halt einheiten innerhalb von 3 zoll um ein befreundet modell mit chronometron haben einen rettungshof von 5 plus gegen kampf waffen weiß ich halt nicht also ich würde mein krypteck er dann halt mit einem kanoptik mantel halt ausstatten und stattdessen dann irgendwie eine spinne einsparen würde dann halt sinn machen technomat ist nach wie vor geblieben dass halt ihre animations protokolle statt auf 5 plus auf 4 plus dann halt funktionieren das ist auf jeden fall geblieben und ja wie gesagt nicht so weit ganz gut overload hat sich glaube ich nicht allzu viel getan nach wie vor irgendwie so meine sagen wir mal die 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 standard auswahl wenn es halt hq geht es halt um weil leuten krypteck da kann ich allzu viel falsch machen je nachdem wenn man halt mehr punkte irgendwie zur verfügung hat kann es dann halt schon irgendwie sein dass man eher offen charakter modell mit namen irgendwie zurückgreift bisher geht es halt mit dem overleute halt ganz gut oder er ist ganz freaky mark halt hier mit einer katakom command bar halt sein overleute dann halt darauf stellen wäre halt auch eine alternative die ich mal gerne ausprobieren will ja necron warriors sind glaube ich so weit geblieben wobei ich beim ds nicht so ganz sicher bin ich glaube die hatten vorher null gehabt bin mir aber nicht so ganz sicher wie gesagt ich habe da jetzt momentan die sachen nicht so im kopf was der index halt angeht und kann mich jetzt auch irren aber muss man halt dann schauen und die lesen sich nach wie vor halt gut das einzige was dann immer so ein bisschen ja ein bisschen bisschen aufschlöss ist halt dass halt sich nur fünf zoll bewegen können sie sind halt wirklich nicht die schnellsten ja ist halt immer ein bisschen schade gut mit dem moralwert von zählen muss man auch mal ein bisschen aufpassen wie man die ja wie man die einheit dann ja wie groß dann die einheit halt wird wobei das ist halt dann doch eher so dass der moralwert ja davon abgezogen oder halt abhängig ist wie viele dann tatsächlich in dem zug zerstört werden und nicht wie viele schon von der nicht wie viele von der einheit schon zerstört sind also wenn wir im ersten zug halt zwei verlierst und im dritten zug auch zwei dann wird halt die moralwert glaube ich immer von halt immer zwei halt sein so viel wie den zug verloren hast und nicht irgendwie im ersten ist es halt dann zwei und im zweiten werden es vier weil sonst muss man halt wirklich so ein bisschen aufpassen dass man dann halt irgendwie eine einheit oder eine einheitsgröße halt gilt die sagen wir mal geringer ist so dass man da wenn man halt nur füllt etwa vier geht es halt noch dann wir würfelt sechs und es wären vier einheiten verloren gegangen wir haben es dann halt die zählen und würdest halt bestehen aber halt bei anderen rassen würden dann halt entsprechend noch ja figuren flüchten und ja das ist dann halt muss ein bisschen gucken was was man da macht also irgendwie ja keine ahnung man dann halt 20 oder eine einheit aus 20 necron warrior dann halt holt und hofft dass da nicht allzu viel zerschossen wird dafür dann halt eventuell länger an reanimations protokoll dann nagen kann weil die wahrscheinlichkeit geringer ist das wirklich als 20 figuren da umfallen anstatt nur 10 oder halt ja das ist halt zu viele wegfallen und dann plötzlich auch die moral dann versagt mortals auch eigentlich ganz gut eigentlich sind so meine für meine standard einheiten eher gehe ich meistens eher auf mortals auch wenn die ein bisschen teurer sind allerdings dadurch dass man halt die die bewaffnung irgendwie ein bisschen austauschen kann ist es halt schon ein bisschen flexibler deswegen bin ich eigentlich eher der 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 immortal spieler ja mit ganz nahkampf mit entweder mit dem schwert oder mit der sense ja wobei halt wenn man halt das schwert hat wird man halt schon irgendwie halt das schild auswählen allerdings ist das dann halt von den punkten kosten wesentlich höher als wenn man es mit der sense halt nimmt und rettungshof von 4 plus ist okay wenn man halt wirklich gegen einheiten kämpft die halten hohen ds halt haben macht das halt schon sinn mit einem schild rumzulaufen ansonsten muss man schauen dass dann halt auch sehr situationsbedingt auch hier mit lechter protokollen ist ganz nett aber dadurch dass die halt definitiv dann den lebenspunkt verlieren sind zu teuer wenn das halt wirklich sagen modelle wären die punkte kosten von necron warrior bereich halt ist ja das halt zu verkraften aber wie gesagt die lütschgard sind dann schon ein bisschen teuer und da lebenspunkte abzufangen die für ein charaktermodell bestimmt sind kann okay sein muss aber nicht deswegen ist immer so ein zweischneidiges schwer deswegen klar man will sein charaktermodell halt schützen aber meistens muss man doch schon so ein bisschen immer gucken was ja was man halt für für seine punkte halt bekommt und was da halt weggeworfen wird klar irgendwie ein lütschgard ist immer noch günstiger als ein haku aber trotzdem des mags nach wie vor bin ich kein freund von denen liegt irgendwie an den waffen deswegen ansonsten ist es okay aber die waffen bringen es nicht so wirklich oder halt halt diese diese kombination also normalerweise ballistische fähigkeit von drei plus ist okay allerdings dafür dass es dann halt irgendwie sniper modelle sind wäre es vielleicht dann eher angebracht dann doch hier irgendwie ballistische fähigkeit auf zwei plus zu setzen wenn ja schon hier irgendwie kein ds haben und eine geringe stärke halt haben oder man lässt es bei der ballistische fähigkeit und sagt hier irgendwie stärke von von sieben oder sowas klar man hat halt hier den verbundungswurf von sechs und dass der auf jeden fall eine tödliche verbundung ist aber trotzdem es ist ich bin da nach wie vor kein freund von ihnen die modelle sind cool allerdings regeltechnisch sind sie wie alle sniper irgendwie so ein bisschen bisschen merkwürdig aber ich denke sonst wären sie halt auch ein bisschen zu zu heftig halt gerade eben weil sie halt auch charakter modelle halt rausnehmen können also direkt angreifen können direkt beschießen können auch wenn es halt nicht irgendwie das nächste modell ist klar und halt auch hier mit dem verbundungswurf von sechs plus dass das dann definitiv eine tödliche verbundung ist ist halt schon heftig aber man muss halt auch erstmal die sechsten würfeln flate ones nach wie vor weiß ich halt nicht ich bin da immer irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen zwischen flate ones und prätorianern eben weil es halt ein bisschen ähnlich halt ist muss man da mal schauen also bisher hatte ich jetzt halt meine flate ones halt gespielt und sie sahen erst mal nicht ganz so gut aus aber das lag irgendwie auch darin dass einmal irgendwie ihren angriff irgendwie verkackt haben klar er will auch schon irgendwie gegen tyranniden rein stürmen deswegen die sind ja keine ahnung insekten und ja da gab es dann irgendwie anscheinend kein kein warmes fleisch und kein blut irgendwie zu trinken da wollten die einfach nicht da sind die irgendwie stehen geblieben und waren haben sich dann gedacht warum ja prätorianer wie gesagt noch nicht ausprobiert ich weiß gar nicht ob ich überhaupt welche habe ich muss mal gucken wäre auf jeden fall interessant was aber hier halt auf auffällt die prätorianer haben halt hier kein kein fraktionsteil hier drin also die würden halt auf die sonderregeln für fraktionen nicht drauf anspringen was ein bisschen schade ist halt gerade weil es halt für sowohl für fernkampf als auch für nahkampf entsprechende fraktionen halt gibt die da so ein bisschen ein bonus verteilen und ja das ist dann halt leider bei denen halt dann nicht so möglich track stalker jo hatte ich auch schon mal ausprobiert gehabt und war auch soweit in ordnung gewesen aber meiner regulären armee denke ich eher weniger aber trotzdem hat schon ein paar coole sachen halt dabei gerade irgendwie ziehenrelais da muss man ein bisschen drauf aufpassen dass man immer den stalker zuerst schießen lässt und dann erst seine standard einheiten aber irgendwann hat man es dann halt dann auch irgendwie raus die stetan die stetan der deceiver nightpringer habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz durchgelesen eben weil ich halt die modelle nicht habe und die gibt es halt dann auch nur irgendwie im web shop exklusiv deswegen eher weniger nachgeguckt und sie sind glaube ich auch von den punktewerten immer ein bisschen teuer und ja die haben halt dann den sagen wir mal den schlechten ruf auch immer vorher irgendwie rausgepickt zu werden also entweder sind sie sehr schnell tot dass sie halt wirklich gefokust werden ähm oder sie reißen im ganzen spiel gar nichts oder sie sind halt übertrieben gut also die drei sachen gibt's wo ich dann irgendwie gesehen, gehört, gelesen habe ähm es gibt nicht irgendwie wo es irgendwie so einen Durchschnitt halt kippt also wenn dann äh hauen sie gut rein aber es kann halt auch sein dass sie schon sehr schnell das Schlachtfeld verlassen eben weil sie äh gefokust werden und ja äh äh rays würde ich auch gerne mal ausprobieren halt dadurch, dass ich jetzt halt die Forgebane Box halt habe, wo es ein paar Rays halt noch mit dabei gibt ähm ich habe zwar auch eine normale Box mit Rays ähm würde ich die halt gerne mal ausprobieren allerdings nicht mit 3, sondern halt ich hätte halt gerne immer so eine Einheitengruppe von 5 ähm 3 sind mir irgendwie zu wenig sei es halt in Rays oder halt auch in den Tomblades wo es halt immer irgendwie 3 sind ähm ich finde da die Einheitengröße von 5 äh wesentlich besser ich kann es nicht so ganz äh nachvollziehen warum aber ich finde es irgendwie besser eben weil sonst irgendwie 3 deswegen sind zwar dann halt auch irgendwie 9 Lebenspunkte die da äh erstmal runter zu schießen sind ähm aber trotzdem wenn es halt 5 sind ist es halt mehr und man hat ein bisschen was von der Einheit aber naja Kanoptik äh Scarabs ähm bin ich am überlegen ich hatte die sonst vorher nicht äh irgendwie eingesetzt allerdings gibt es ein paar gibt es ein ja äh wo man halt Befehlspunkte reinstecken kann wo Scarabs plötzlich interessant werden könnten ähm aber mal schauen äh würde ich gerne mal ausprobieren halt auch irgendwie ähm da halt auch äh mehrere Schwärme halt wieder zu nehmen und ähm ja die mit den Befehlspunkten dann eventuell in die Luft zu jagen äh ansonsten mit 10 Zoll Bewegung sind es halt auch sehr sehr schnell und wer jetzt sagen wir mal irgendwie ähm ähm sagen wir mal mit Missionen halt spielt äh um halt Missionspunkte zu halten oder halt hinzulaufen äh es sind Scarabs eigentlich sehr sehr interessant oder halt auch um sagen wir mal nicht ausgegebene äh Punkte irgendwo zu investieren weil die sind halt relativ günstig so dass man halt für äh wenige Punkte halt eine Einheit dann aufstellen kann ähm ähm sind Scarabs eigentlich auch sehr sehr interessant äh äh schade ist halt die Spinnen halt keine Scarabs mehr so äh produzieren und nachproduzieren können wie sie es in der 7. Edition gemacht haben sonst wäre das äh noch wesentlich interessanter aber so ähm ähm ja muss ich mal schauen äh würdest halt gerne mal ausprobieren und äh ja gucken wir mal aber äh ja vorher irgendwie im Index äh haben sie mal weniger Spaß gemacht aber ich hatte halt im Testspiel ähm ähm halt auch mit Scarabs halt gemacht und äh das war eigentlich ganz gut um halt Einheiten zu binden um Missionspunkte zu halten um halt von hier nach da irgendwie mal hin zu flitzen um irgendwie äh äh irgendwas zu blocken äh äh waren die halt wirklich ganz gut gewesen äh haben sogar ein bisschen Schaden gemacht ähm deswegen ist halt bei einem Kampfgeschick von 4 eigentlich eher äh weniger der Fall deswegen Stärke 3 mhm deswegen ist es war dann halt wirklich nur um irgendwie eine Einheit zu binden die haben die irgendwie nicht kaputt bekommen die haben dann auch immer irgendwie daneben gehauen äh äh meine Scarabs haben daneben gehauen ähm 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 ja aber da kam dann halt irgendwie die die Befehlspunkte dann äh die wären dann halt interessant und ja äh ähm deswegen ein paar Schwärme irgendwie zum Testen schauen wir mal Tomblades wie gesagt ähm auch hier eher mit mit 5 Tomblades ähm von der Grundeinheit her sind sie relativ günstig allerdings durch äh Bewaffnung und äh ähm ja Add-Ons die sie halt haben können wären die Schweine teuer deswegen äh weiß ich halt noch nicht ob und inwiefern sie halt Sinn machen also da irgendwie ähm Punkte noch irgendwie zu investieren wird schwierig äh oder man baut halt wirklich eine Armee die relativ schnell zu Fuß ist ähm ähm oder halt irgendwie schnell äh oder man irgendwie was braucht was sehr sehr schnell ist denke ich mal ist ist man mit den Tomblades auf jeden Fall äh gut ausgestattet eben weil sonst alles irgendwie sehr sehr lahm archisch unterwegs ist und dass man dann halt hier wirklich schnell von A nach B halt kommt ähm oder halt um vorher irgendwie eine Einheit abzufangen denke ich mal äh ist es halt auch ganz gut deswegen haben wir halt auch noch eine Standardbewaffnung für 24 Zoll ähm 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 sehen gerade irgendwie am Anfang von einer Schlacht wo halt wirklich vieles irgendwie ähm sagen wir mal auf auf die extremen Seiten dann irgendwo halt dann steht äh wenn da nicht irgendjemand auch irgendwie schnelle Einheiten halt hat bis da irgendwie mal was abgefeuert wird äh dauert es dann irgendwie zwei Züge und ähm ähm ja mit schnellen Einheiten ist man dann halt doch relativ äh bald an der Stelle wo man dann halt was beschießen kann und ähm ja später ist es dann halt eher für Missionen zu halten aber muss man dann halt schauen Destroyer habe ich auch noch nicht ausprobiert ich habe auch keine Destroyer Modelle äh habe ich mir auch nicht so ganz angeguckt Schande auf mein Haupt äh ich wollte die mal irgendwie ausprobieren aber wie gesagt bisher hat sich da auch noch nicht so viel ergeben ähm Canoptic Spider Nach wie vor ähm denke ich mal machen sie halt Sinn äh gerade in meinem Testspiel wo ich dann halt hatte dadurch dass die halt irgendwie halt Fahrzeuge reparieren können ähm war das halt sehr sehr gut dass ich dann halt immer irgendwie an einem Fahrzeug geparkt halt hatte und die haben dann halt immer die Fahrzeuge halt repariert und ähm ja ich hätte dann halt auch die mit einem Partikelstrahl halt ausgerüstet äh Zwielicht Prisma weiß ich nicht äh dadurch kann man zwar halt Psi Kräfte halt bannen allerdings ähm ja glaube ich auch nur irgendwie auf ähm auf eine gewisse Reichweite wo er hier ist steht jetzt hier nichts mehr drin ähm ähm aber wie gesagt ja irgendwie glaube ich keine Psi Kraft gebannt äh dafür haben sie aber mit ihrem Partikelstrahler irgendwie eine Einheit äh komplett versenkt ähm war schon ganz lustig gewesen also ähm zum reparieren wer irgendwie viel mit Fahrzeugen halt spielt ähm denke ich mal der wird definitiv mindestens mal eine brauchen plus den Krypteck wenn er keinen Krypteck dabei hat äh er dann halt zwei Spinnen und die dann halt versuchen so zu platzieren dass man halt immer schnell an die Fahrzeuge halt rankommt ähm ja mit dem Scarab Nest ähm wie gesagt ähm dieses ganze Spawn von Sachen funktioniert jetzt in der achten Edition anders als in der siebten hier muss man ja dann irgendwie schon vorab Punkte reservieren die die dann äh spawnen können und ich habe das System dahinter nicht so ganz verstanden und halt auch nicht so wirklich ähm ja ich habe es nicht verstanden äh klar wenn man irgendwie zu Beginn der Beginnerschlacht ähm jetzt anfängt hier irgendwie ähm Scarabs äh damit zu generieren äh verstehe ich das dann halt dass dann irgendwie diese Scarabs eigentlich in der Armeeaufstellung enthalten sein müssen also dass diese Punktewerte drin sind aber was ist wenn zum Beispiel eine Scarab Einheit komplett vernichtet worden ist kann ich die nachproduzieren mit Spinnen sodass ich dann halt wieder im Prinzip die Einheit wieder zur Verfügung stehen habe die mir jetzt äh die gefallen ist das weiß ich halt nicht und müsste ich halt nochmal genauer nachlesen beziehungsweise jetzt hier auch die die Regeln nochmal lesen ich glaube da hat sich auch noch ein bisschen was geändert im Vergleich zum Index Monolith ähm nach wie vor bin ich nicht so der Fan davon ähm eben weil sie halt relativ teuer sind haben zwar viele Lebenspunkte ähm ähm ein Problem ist natürlich ähm jetzt muss ich gerade gucken wo kam es denn hier der Tod kommt herab mit diesen 12 Zoll von feindlichen Modellen entfernt ähm es ist ein großes Modell und ja dadurch dass es dann halt 12 Zoll von einem feindlichen Modell entfernt sein muss heißt im Prinzip ähm wenn ich das irgendwie ja wer in der Schlacht aufstellen will irgendwann äh irgendwann ist halt wirklich alles so zugestellt dass äh man es schwer hat den Monolithen aufzustellen ähm und am Anfang seiner eigenen ähm halt bei der Aufstellung macht es halt wenig Sinn deswegen da kannst du zwar irgendwie hinstellen ähm ähm macht dann halt aber auch wenig Sinn eben weil wenn man es dann aber zu dicht am Feind halt stehen hat dann ist es auf jeden Fall das Fokusziel und selbst mit äh 20 Lebenspunkten die werden halt dann auch irgendwie ja schnell weggeschossen und ja je länger man es dann halt rauszögert desto eher hat man dann irgendwie das Problem dass man es halt nirgendwo ausstellen kann ähm ähm halt auch ballistische Fähigkeiten deswegen ja mit 3 plus ist es okay aber deswegen je nachdem wie viele Punkte es dann halt verliert wird das dann halt auch weniger ähm was ganz gut ist ist dieses ähm ähm äh Exilationsportal halt dadurch dass dann halt irgendwie die Nahkampf dass da direkt halt irgendwie tödliche Verwundungen dann äh übertragen werden äh finde ich ganz gut und halt das Tor der Ewigkeit und auch hier wurde ein bisschen nachgeholfen weil dadurch dass man sonst irgendwie meistens dann irgendwie fast zwei Monolithen gebraucht hat oder äh äh Monolith und jetzt muss ich gerade gucken äh äh war es naja hier die Night Size mit dem Teleporter äh sodass man dann immer irgendwie ein Backup halt hatte sonst wären die Einheiten die in ja die man halt da in der anderen Dimension äh aufgestellt hat äh werden die halt verloren es gibt da halt jetzt auch einen Befehlspunkt dafür sodass das trotzdem funktioniert selbst wenn der Monolith zerstört worden ist äh was wie gesagt möglich ist wenn das halt irgendwie relativ dicht an den Feind gebracht wird oder aufgestellt wird ähm und dann eigentlich dadurch dass es halt relativ dicht am Feind halt steht ähm ja fokussiert beschossen wird und dass dann halt man irgendwie in der nächsten seinem nächsten Zug halt keine Möglichkeit hat dieses Tor der Ewigkeit zu benutzen ähm ähm halt durch die Befehlspunkte wird es dann halt gehen sodass man halt auch seine ähm seine Warriors, seine Immortals äh irgendwie direkt nah an den Feind äh äh Feind reinbringen kann müsste man halt schauen also halt er kostet relativ viele Punkte sodass man da halt ähm aufpassen muss äh äh nicht dass man dann doch irgendwie sich dann beschneidet dass man dann irgendwie mit anderen Einheiten vielleicht besser fahren würde aber ich äh würde mir gerne trotzdem einen kaufen und äh tatsächlich ausprobieren die Annihilation Barge halt auch äh relativ schnell mit 12 Zoll und ja ist halt so die fahrende Waffenplattform hat halt Quantenschilde äh auch hier mit den Quantenschilden muss ich nochmal gucken wie das genau gehandhabt wird auch da äh bin ich mir nicht so ganz sicher äh gerade wenn's von sagen wir mal äh äh von der Einheit beschossen wird die zwar irgendwie einen Schaden machen äh dafür dann halt mehrere halt treffen ob dann die Quantenschilde halt auch greifen oder nicht dass das dann irgendwie akkumuliert wird dass das heißt okay hier irgendwie von äh von der 10er Einheit treffen 6 äh und würden halt 6 Schaden machen äh äh wird das dann halt als 6 Schaden äh gewert oder ist es nur 6 mal 1 Schaden und die äh Quantenschilde würden nicht funktionieren wenn's halt 6 mal 1 Schaden wäre oder wären's halt wirklich 6 Schaden und ich kann das halt auswürfeln mh weiß ich halt nicht da sind halt einige Regeln sind halt irgendwie so speziell dass man da äh dass es dann Auslegungssache ist wie man's dann halt interpretiert ähm ähm nichtsdestotrotz hab ich noch nicht ausprobiert werd ich beim nächsten Mal ausprobieren weil da hab ich jetzt die Modelle fertig äh Doomstay Arc ähm auch sehr sehr cool gerade äh die Doomstay Kanone mit 72 Zoll ist halt schon eine Entfernung die die halt äh verschießen kann und halt so das einzige eben ja in ja in äh in den Einheiten die überhaupt über diese Distanz halt schießen kann deswegen war die eigentlich soweit ganz okay in meinem Test auch wenn's immer nur äh äh die hat auch eigentlich ganz gut getroffen nur immer äh äh ein oder zwei Schaden halt gemacht eben dadurch dass ich hier mal niedrig geworfen hab und hier bei den Schadenswertungen auch äh wobei ich glaub irgendwie eins ein oder beide Sachen wurden jetzt ausgetauscht sodass es ah glaub ich vorher W3 wenn nicht sogar noch schlimmer ich weiß nicht äh ich glaub ich hab immer nur irgendwie eine Sache auswürfeln müssen hm egal aber halt mit den 72 Zoll war es dann halt okay und ich hab äh wenn er getroffen hat was ähm ähm relativ häufig war natürlich auch ein paar Mal daneben geschossen ähm hat er meistens bei mir irgendwie nur einen Schaden dann irgendwie abgezogen und äh wo man ein bisschen aufpassen muss ist halt wirklich mit dieser Gauss des Integrator Verlangs mit den 24 Zoll ähm deswegen ist es eine Verlangs und man hat die zweimal drin also äh es ist eigentlich ein Schnellfeuer 10 wenn man's genauer würfelt sagen wir es mal so äh äh muss man halt ein bisschen aufpassen deswegen ist es hier immer halt im Jahr mit zwei Gauss des Integrator Verlangen ausgerüstet ähm ne auf auf beiden Seiten halt fünf aber durch die neuen Regeln ist es ja so dass im Prinzip alle alle Geschütze in alle Richtungen äh äh man kann natürlich sagen äh fünf äh äh fünf äh fünf äh so dass man dann halt hier auf die Schnellfeuer 5 halt kommt ähm ähm nur mir ist es halt immer irgendwie passiert ich hab halt nur dann äh äh ja schnellfeuer 5 gewürfelt und meistens dann halt vergessen dass ich die überhaupt habe sodass dann irgendwie eine Einheit äh vorgerückt war und die eigentlich in der in diesen 24 Zoll Radius dann reinkam ich hab immer vergessen dass ich diese Waffen noch irgendwie halt dabei habe äh ja auch nicht so ganz lustig ähm ja aber halt hier es macht dann halt zum Beispiel Sinn seine äh Canoptic Spider zum Beispiel hier an eine Doomsday Arc ranzustellen und äh die reparieren zu lassen weil halt auch die Doomsday Arc ist ähm ist eine Sache die gerne gefokust wird gerade wenn irgendwie der Gegner halt auch äh Waffen hat die auf eine größere Reichweite halt schießen können ähm also da macht zum Beispiel eine Spider irgendwie Sinn die irgendwie dann dabei zu stellen auch wenn die erstmal dann nicht allzu viel zu tun hat äh äh aber sobald halt irgendwie was zu reparieren gilt kann sie das dann halt machen und sollte dann der der Feind halt näher rücken äh und man hat ja halt da auch noch die Partikelwaffen dann halt kann man dann halt auch nochmal drauf schießen macht halt auf jeden Fall eher Sinn seine Spinne halt hier drauf dann zu schicken anstatt die dann irgendwie erstmal über das Schlachtfeld zu juckeln um halt an Monolithen ranzukommen ähm ähm es sei denn man baut halt seinen Monolithen irgendwo in die Nähe seiner eigentlichen Einheit halt auf ähm macht dann aber halt mit seinen Fähigkeiten dann halt eher weniger Sinn äh den Transcendent Zitan habe ich halt auch nicht ähm Ghost Arc klar ist halt so der einzige Truppentransporter ähm allerdings muss man dann halt gucken kann halt nur 10 Dynastie-Infantrie-Einheiten transportieren wer dann zum Beispiel irgendwie eine 20er äh äh Warrior-Gruppe irgendwo rumstehen hat die kann damit nicht transportiert werden ähm wer halt dann eher mit Immortals spielt und da die äh Einheitengröße halt aufstockt auf die 10 von den 5 ähm die können damit glaub ich transportiert werden Moment die Warriors oder ah ne es geht nur es gehen nur Warriors okay ne dann ist es eh egal ähm und ja weiß ich halt nicht äh ganz gut ist halt die Reparatur-Einheit dass man da ähm die ja man Reanimationsprotokolle dann nochmal irgendwie aktivieren kann aber ähm ehrlich gesagt bin ich irgendwie auch nicht so der Freund der Ghost-Arc deswegen ich weiß viele spielen damit aber hm bin ich jetzt weniger Freund von Doomside Nightside äh ich bin kein Flieger deswegen hab ich auch keine ne ich hatte halt mal überlegt hab hier mit einer Nightside mit diesem Teleporter halt zu spielen aber ja weiß ich halt nicht ansonsten ist das halt irgendwie halt von der Bewaffnung finde ich es halt nicht so nicht so berauschend ähm obelisk und äh sagt sind eigentlich nur teurere Versionen der des Monolithen und ja das war es eigentlich dann schon deswegen hier halt dann nochmal die ganzen Waffen und dann haben wir halt hier Kodex des Krieges also sobald man die hier irgendwie in ja in Kontingent oder halt in der Schlachtordnung halt hat bekommen die halt dann noch diese zusätzlichen Fähigkeiten halt ihre Zahl ist Legion, ihr Name ist Tod ähm ist halt diese Standardfähigkeit von wegen mit diesen Missionen halten äh das wer die meisten Einheiten an einem Mark halt dran hat der kontrolliert ähm das ist halt Standard hat hat jeder momentan dann halt drin und dann hat man halt diese Dynastie Kodizes ähm je nachdem welcher Dynastie halt die Armee zugeordnet ist äh gelten die dann und da ist es dann halt wo ich mich dann halt frage kann ich jetzt zum Beispiel ähm ähm Kontingente im oder halt äh Kodizes Dynastien in den Kontingenten ne also irgendwie tauschen sagen wir mal ich mach hier irgendwie ein Bataillon äh bastel da meine Flaytrons rein die glaub ich hier von mhm ne nicht Nialek mhm jetzt muss ich grade gucken ich glaub hier in Nefrek ne nefrek ähm dass die dann halt nefrek sind und alles andere was weiß ich hier irgendwie meine Standardeinheiten warriors und alles was schießt schießt nefret ist nefret ist würde das gehen ich hab keine Ahnung natürlich müsste man dann halt hier mit den ganzen Zusatz äh kodizes dann hantieren und gucken ach das ist dann äh nefrek und äh die können das und alles was schießt ist nefret und die können das weiß ich halt nicht ob's geht oder ob halt wirklich alles irgendwie äh wenn man jetzt dann andere ähm ähm ein Kontingent da halt hat deswegen es gibt ja dann halt auch kleinere dass man dann sagen muss ja ne das muss immer in dem Kontingent dann halt äh passen sodass sein äh äh Patrouillen Kontingent muss alles mefret sein und dein keine Ahnung was für ein Kontingent es da sonst noch gibt äh muss Sautek sein ich hab keine Ahnung oder ob man's wirklich halt mischen kann hm ist schwierig ja dann gucken wir erstmal hier mal hier bei den Dynastikpolizees also Sautek mhm wenn einer halt mit diesem Kodex vorrückt behandelt wird sie bis zum Ende des Zuges eine Fernkampfwaffen die sie trägt als Sturmwaffen zum Beispiel wird eine Waffe mit Schnellfeuer 1 behandelt als wäre sie eine Waffe mit Sturm 1 schwer wie 6 wird zu Sturm wie 6 und so weiter aber das gilt dann halt nur wirklich wenn die Einheit vorrückt zusätzlich erleidet eine Einheit mit diesem Kodex sofern sie nicht in diesem Zug vorrückt äh vorgerückt ist äh nicht den Abzug auf Trefferwürfe äh für das Bewegen und Abfeuern einer schweren Waffe finde ich eigentlich ganz gut sofern man dann halt irgendwie ähm ja mit schweren Waffen hantiert die jetzt irgendwie nicht äh irgendwie eine Spezialität haben eine spezielle Fähigkeit haben von wegen dass die äh schwere Waffen ohne ja ohne Abzug abfeuern können ähm sehen hier zum Beispiel ein Heavy Destroyer mit der schweren Gauss Kanone mit Schwer 1 hat aber hier diese Repulsor Plattform kann sich bewegen schwere Waffen abfeuern ohne einen Abzug auf ihre Trefferwürfe zu erleiden ähm wäre zum Beispiel sowas ähm die Inhalation Barge okay die hat Schwer 3 äh wenn die sich halt diese 12 Zoll oder was weiß ich hier irgendwie bewegt hat äh bekämen sie halt diesen Abzug wäre es aber jetzt ein Sautek äh Dynastie würde dann der greifen und es würde dann halt gehen ähm was halt auch gut ist das ist dann halt wer dann irgendwie ein bisschen dynamischer spielen will ist halt wirklich wenn man halt vorrückt halt normal würde man dann halt nicht schießen dürfen aber durch ich glaub durch die ähm Sturmwaffen darf man dann halt schießen müsste ich aber auch nochmal genauer nachgucken sodass sich das dann halt auch aufhebt sodass man dann halt auch äh zur Bewegung halt nochmal den äh Vorrücken äh Bonus eigentlich drauf hat auf seine Bewegung und trotzdem schießen kann ähm ähm Mephred Wut der Sonne jedes Mal wenn ein Modell mit diesem Kodex auf eine feindliche Einheit schießt die sich innerhalb der halben Maximalreichweite der Waffe befindet wird der Panzerdurchschlag dieser Waffe um 1 verbessert ein DS von 0 wird also zu minus 1 ein DS von minus 1 wird zu minus 2 und so weiter ähm gießt sich im ersten Moment eigentlich ganz gut aber das Problem ist halt wirklich diese halbe Maximalreichweite ähm zum einen ist man da die ganze Zeit am rummessen ähm zum zweiten wird man es vergessen zum dritten ähm ist es diese Maximalreichweite von 24 Zoll also auf 12 Zoll ähm weiß ich gar nicht wie viel es ist also man steht da schon relativ dicht dran und je nachdem mit was was für eine Armee zu tun hat ähm heißt das mehr oder weniger man wird überrannt äh sodass das fast gar nichts irgendwie zum getragen kommt also ähm ist schwierig natürlich irgendwie mit ähm ähm ja die S-Erhöhung ist schon nice aber trotzdem äh gefährlich ähm Novok du kannst für Einheiten mit diesem Kodex in der Nahkampfphase misslungene Trefferwürfen wiederholen wenn sie in diesem Zug angegriffen haben, angegriffen wurden oder eine heroische Intervention ausgeführt haben ähm ähm ja in der Nahkampfphase misslungene Trefferwürfe wiederholen finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht äh wenn man halt wirklich stark ähm ja stark nahkampflastig halt spielt und deswegen das war jetzt irgendwie Flayed Rons als Snowrock ähm mehr zum Beispiel vorhin gewesen ähm eben weil die dann halt Nahkämpfer sind und wenn die dann zum Beispiel jetzt halt diese Trefferwürfe dann halt wiederholen können während halt also sicher dann halt hier irgendwie die Warriors hier in Mephred sind weiß ich halt nicht ob das in einem Bataillon zum Beispiel möglich wäre ähm ähm NILAK äh wiederhole Trefferwürfe von 1 für Einheiten mit diesem Kodex wann immer sie schießen auch wenn sie Abwehrfeuer geben äh solange sie sich in der vorherigen Bewegungsphase nicht bewegt haben und nicht in diesem Zug aus einem Transporter ausgestiegen sind Jo ist dann halt eher für stationäre Sachen ähm gedacht was natürlich jetzt auch nicht so schlimm ist also meistens bewege ich meine Warriors eher selten ähm Translokationsstrahlen wenn eine Einheit mit diesem Kodex vorrückt also bei den Nefrec addierst du 6 Zoll zu ihrem Bewegungswert anstatt zu würfeln äh wenn die Einheit unter dem Einfluss der Fähigkeit mein Wille geschehe oder eine Befehlswelle steht addierst du stattdessen 7 Zoll zum Bewegungswert äh zusätzlich können sich die Modelle einer Einheit mit diesem Kodex über Modelle und Gelände bewegen als wären sie nicht da wenn sie vorrücken als also auch eher für ähm mobile Armeen irgendwie gedacht muss man halt dann schauen also ich bin immer noch ähm ja da am überlegen ich variiere zwischen Sautek und Novok nur wenn man halt wirklich Einheiten unterschiedlich halt irgendwie zusammenstellen könnte ähm wär wär das halt auch cool also dann würde ich eher sagen alles was Nahkampf hat wäre Novok aber deswegen denke ich mal dass es nicht geht eben weil man dann irgendwie dann doch äh sagen muss ne du hast eine Armee die ist dieser Dynastie zugehörig egal was du jetzt da halt spielen willst weil sonst wird es ja irgendwie gemischt weil sonst würde dann halt jeder sagen ja aber meine ähm ähm ja meine ähm Doomsday Arc die ist von Mephret weil wir sehen auch selbst auf 72 Zoll davon die Hälfte äh da halt eine DS-Erhöhung halt reinbasteln ne macht dann schon irgendwie einen Unterschied und äh und äh deswegen denke ich mal dass es nicht geht also man muss schon irgendwie gucken dass dein dein also zumindest mal die Kontingente einheitlich sind aber ich weiß halt nicht wenn man jetzt unterschiedliche Kontingente spielt äh würde eigentlich auch Sinn machen dass da auch unterschiedliche äh Dynastien enthalten sein könnten aber naja ich weiß es nicht also bisher äh meine Planung geht jetzt erstmal davon aus äh eine Armee eine Dynastie dann Gefechtsoptionen ähm will ich jetzt nicht alle hier irgendwie durchgehen was mir nur an hier ins Auge gefallen ist ist jetzt muss ich gerade gucken ist es das äh ne das ist es nicht ist es ein anderes ähm ich muss gucken welches es ist auf jeden Fall ist es halt eine äh eine Gefechtsoption halt das trotzdem das Tor funktioniert selbst wenn es zerstört worden ist und das andere ist halt hier mit den Scarabs hier ist Selbstzerstörung setze diese Gefechtsoption ein ähm nachdem eine Einheit äh deiner Armee nachgerückt ist aber bevor sie ihre Nahkampfattacke ausführt werde ein Canoptic Scalabs Modell in deiner Einheit und dann eine feindliche Einheit innerhalb von 1 Zoll um das Modell dein Canoptic Scalabs Modell wird zerstört entfernt es von vom Schachtfeld und wirf ein W6 bei 2 plus erleidet die gewählte feindliche Einheit W3 tödliche Verwundungen ähm ja deswegen wer dann genug Scalabs irgendwo rumliegen hat ähm könnte interessant werden wobei ich halt ähm mit diesem Nachrücken nicht so ganz verstanden habe das heißt eigentlich die müssen erstmal eine Einheit vernichtet haben damit sie nachrücken können ähm ja also wenn ich es so auslege ansonsten wäre es halt wirklich ich gehe mit meinen Scalabs irgendwie nach vorne greif den nicht an und spring dann irgendwie meine Scalabs in die Luft äh ja muss man halt dann schauen wie ob das dann halt tatsächlich so gilt ähm äh das ist das glaube ich hier mit dem Dimensionskorridor auch für einen Befehlspunkt setze diese Gefechtsoption zu Beginn deiner Bewegungsphase ein wer deine Dynastie-Infanterieeinheit deiner Armee die sich weiter als 1 Zoll vom feindlichen Modell entfernt befindet entfernt vom Schlachtschild schnell ah ne das ist was anderes also ich weiß es jetzt nicht ich müsste genau gucken wo es ist aber es ist auf jeden Fall irgendwie das halt die äh wenn es Portal zerstört wird kann man dann trotzdem irgendwie da raus gehen da äh raus gehen Kräfte von Chetan hab ich nicht durchgeguckt äh ich hab keinen Artefakte sind auch ein paar nette irgendwie dabei ähm muss man aber schauen sind halt sehr sehr davon abhängig äh was es für ein Modell ist und was dieses Modell trägt und natürlich ähm die Charaktermodelle mit Namen darf man glaube ich da auch nicht mit reinbeziehen also meistens ist es halt wirklich wenn man den ähm Lord Overlord irgendwie drin hat und den Kryptek und dann muss man halt schauen was der überhaupt hier für für eine Waffe trägt Begabungen des Kriegsherrn einmal standardmäßig und ähm ja Begabungen des Kriegsherrn der Dynastien also also entweder man kann die ganz normalen Begabungen des Kriegsherrn äh zuweisen oder halt ähm ja extra für die Dynastien und auch hier gibt es dann so ein paar nette Sachen die sich halt meistens auf den ja auf den Kriegsherrn mehr oder weniger beschränken beziehungsweise um sein Umfeld ähm außer hier irgendwie bei den Sautek ist es natürlich auch hier einmal pro Schlacht kannst du einen einzelnen Treffer Verwendungswurf oder Schadenswurf für deinen Kriegsherrn wiederholen ist jetzt nur einmal pro Schlacht ähm was aber ganz interessant ist ist halt das was der sonst noch kann befindet sich deine Armee in Schlachtordnung und ist ein Kriegsherr auf dem Schlachtfeld so befehlt es mal einen W6 wenn du einen Befehlspunkt für eine Befehloption ausgibst bei 5 plus 1 in diesen Befehlspunkt sofort zurück ähm finde ich eigentlich ganz gut eben weil auch einige coole Befehlspunkt Sachen irgendwie hier mit so drin stehen wer also irgendwie gerne auf ja ein bisschen sagen wir mal ähm ja das Glück entscheiden lassen will oder der halt auch viel mit Befehlspunkten rumhantiert ähm für den könnte das relativ interessant werden äh halt als Sautech da aufzutreten äh aber auch halt gerade dadurch dass dann auch ähm ja sagen wir mal viele HQ Einheiten Sautech sind ist das schon ähm ziemlich heftig äh bei Mephred addiere 6 Zoll äh zur maximalen Reichweite aller Sturmwaffen die dein Kriegsherr abfeuert äh zusätzlich kann ein Kriegsherr Sturmwaffen auf feindliche Charaktermodelle abfeuern selbst wenn diese nicht das nächste Modell sind müsste man halt schauen ähm ich denke mal ähm ähm was hatten die Katakombe Command das hat die Sturmwaffen glaube fast nicht oder? doch aber das ist halt ähm Stab des Lichts das ist halt die vom Lord der draufsitzt und äh Tesla Kanon Sturm hm die haben meistens hier oder das ist Tarion kann man eh nur einmal ich guck mal gerade durch hier dass die HQ Sachen halt haben Geisterspeer ja eigentlich auch noch ganz nett das ist ja dann nur irgendwie Erweiterung auf 6 Zoll ähm äh voraussehende Schlag bei Nihilak dein Kriegsherr kämpft in der Nahkampfphase immer zuerst selbst wenn er nicht angegriffen hat äh wenn ein Gegner Einheiten hat die angegriffen haben oder eine ähnlichkeit eine ähnliche Fähigkeit haben wählt ihr abwechselnd Einheiten zum Kämpfen aus beginnt mit dem Spieler der gerade am Zug ist äh hä wenn dein Gegner Einheiten hat die angegriffen haben ja wird er ja deswegen also der hat angegriffen äh was ist das denn dann macht es dann irgendwie keinen Sinn ähm also wenn er jetzt sowieso äh angreift äh dann hat er eh sowieso den ersten Schlag wenn er angegriffen wird dann hat er normalerweise der der angreift den ersten Schlag äh hä und dann steht wenn dann ein Gegner Einheiten hat die angegriffen haben ja wird er ja dann haben und dann macht irgendwie die die Regel keinen Sinn hm weiß ich ja nicht also ich nehme mal stark an wenn halt irgendwie der Gegner in seiner Einheit irgendwie ähnliche Fähigkeiten halt hat und dann wird dann gegeneinander ausgewürfelt ansonsten kämpft er immer zuerst anders macht die Regel irgendwie keinen Sinn äh Nefrek ein Gegner muss eins von Trefferwürfen gegen deinen Kriegsherrn abziehen okay heißt dann halt auch nur gegen den Kriegsherrn äh jedes Mal wenn du in der Nahkampfphase einen unmodifizierten Trefferwurf von 6 für ein Modell in einer äh befreundeten Notebook Einheit würfst die sich innerhalb von 6 Zoll um deinen Kriegsherrn befindet kannst du für dieses Modell mit derselben Waffe gegen dasselbe Ziel einen weiteren Trefferwurf ausführen oh Gott äh diese zusätzlichen Trefferwürfe können selbst keine weiteren Trefferwürfe erzeugen das heißt ich muss eine Einheit um eine 6 Zoll um meinen Kriegsherrn drumrum haben Nahkämpfer sein und in meiner Nahkampfphase beim Trefferwurf eine 6 würfeln und dann würde diese Einheit oder könnte ich für diese Einheit nochmal Trefferwürfe würfeln sodass die äh sodass er eigentlich mehr Attacken hält hätte könnte gut sein aber halt mit dem 6 Zoll um mein äh 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 um mein Chef wäre wäre schwierig aber wie gesagt bei einem nahkampflastigen Armee wäre das dann halt schon gut und deswegen halt dann auch in Anbetracht halt der ähm Dynastiekodizes müsste man dann halt nachschauen ja und dann halt hier die Punkte wie gesagt kein ähm kein ähm großartiges äh kein großartiger Vergleich zum Index und man sieht halt wo haben wir denn halt Immotech mit 200 ist halt schon relativ teuer im Vergleich jetzt dann zu einem ähm äh Overlord mit 84 deswegen ist zwar jetzt ohne Ausrüstung aber trotzdem ist halt 200 Punkte sind schon relativ viel gut dann würde ich sagen war es das mit dem Kodex und äh wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder vielen Dank fürs zu gucken und bis dann